Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich zwei Sets, die ich euch gerne vorstellen möchte von Daltorn. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück in die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich stelle auf diesem Kanal ja auch immer super gerne Beautyboxen vor. Und ja, Daltorn hat Starter-Kits und jetzt auch zu Ostern Beautyboxen. Denn da ist es naheliegend, dass ich in der Woche, wo ich auch den Code habe, Beauty Claudi für 20% Rabatt auf die Daltorn-Produkte, dass ich euch diese Sets auch vorstellen möchte. Also diese Oster-Sets in der Spring Edition sind halt wirklich noch ein bisschen günstiger als diese Starter-Kits, die wir normalerweise auf der Homepage finden. Wir haben das Code 10 Set, das Extreme Lift Set, das Oyster Set und das Hyaluronic Urea Set. Und wenn ihr meinen Code anwendet, bekommt ihr nochmal richtig krass diese 20% halt runter und da könnt ihr immer dann echt über die Hälfte sparen und das ist so gut. Und ich möchte euch jetzt einfach mal das, die Spring Edition, das Spring Edition vorstellen. Genau, die Spring Edition von dem Q10 Set. Und da haben wir wirklich einmal die Produkte drin enthalten, die man halt braucht, würde ich mal so sagen. Und das finde ich einfach schön. Also erstmal, ich habe es jetzt so schnell abgezogen. Wir haben hier diesen schönen Schuber einmal drüber, der das Ganze halt wirklich frühlingshaft macht. Dann haben wir hier, wenn wir den Schuber abnehmen, die Box an sich, die auch sehr schön gestaltet ist. Und ich finde das auch 1A zum Verschenken geeignet. Also halt auch für Ostern eine schöne Geschichte. Inspired by the Sea finde ich auch total großartig. Das ist ja der Spruch von Dalton, weil es ist Meereskosmetik und ich muss es immer beisagen, weil ich irgendwie, irgendwie sage ich es immer mit dabei und dann muss man es irgendwie durchziehen, finde ich. Marine Kosmetik bedeutet, das sind halt maritime Inhaltsstoffe, also Inhaltsstoffe, die wir im Meer finden. Und da das Leben aus dem Meer kommt und du leben bist und ich leben bin, macht das Ganze ganz schön viel Sinn. Denn ich bin ja zum Beispiel auch jemand mit einer sehr trockenen, sehr sensiblen Haut und dann macht das einfach viel Spaß, wenn die Haut schon irgendwie so ein bisschen Ahnung hat, was da auf sie zukommt, wenn wir mit den ganzen Wirkstoffen um die Ecke kommen, ne? Jo, hier haben wir dann einmal das Q10 Set, was so, ja, schon so ein bisschen Anti-Aging ist, aber eher so in die belebende Richtung. Drinnen enthalten haben wir einmal die leichte Textur der Q10 Creme in der Reisegröße. Dann haben wir eine Full Size von dem Energy Boost Q10 Serum und eine Energy Boost Creme in der Reisegröße, sodass du das als Tag-und-Nacht-Creme nehmen könntest. Und für den Extra-Kick zwischendurch gibt es hier auch noch eine Q10 Ampulle, die auch wirklich belebend ist, aber nicht so wie die Oh My Blush Ampulle, die Wärmeentwicklung hat, sondern das ist eher erfrischend, ne? Für mich werden das hier Produkte, die ich eher so morgens anwende, damit mein Gesicht einfach schon mal so einen kleinen Energieschub bekommt. Und dieses Set bekommen wir für 50,80 Euro. Hat einen Wert von, ich habe mir das auch geschrieben, Leute, ich kann mir keine Zahlen merken, 89,12 Euro. Weil wir 43% sparen, habe ich mir das mal so umgerechnet. Und wenn ihr meinen Code anwendet, bekommt ihr dieses Set für 40,64 Euro und spart somit 55%. Das ist ganz schön cool, um da einfach mal in die Reihe hineinzuschnuppern. Natürlich könnt ihr euch auch die Proben-Sets bestellen. Ihr könnt einfach mal in der Suchleiste oben Set eingeben oder Proben, ne? Dann öffnet sich das auf und dann findet ihr diese Sets auch. Würde ich euch eher empfehlen, die immer mitzubestellen, wenn ihr dort sowieso bestellt. Dann die Proben-Sets sind wirklich sehr umfangreich immer bei Dalt und was ich echt cool finde. Und dann gibt es natürlich noch die entsprechenden Starter-Kits, die ihr dort bestellen könnt. Da habe ich mir jetzt einfach mal das Hyaluronic Orea Set ausgesucht, in dieser schönen Reisetasche, ist echt hübsch. Und ja, das ist jetzt ein bisschen hochpreisiger, aber auch prall gefüllt. Denn hier sind Produkte im Wert von 217,25 Euro drin enthalten. Wir bezahlen normalerweise für dieses Set 149,90 Euro und mit dem Code 119,92 Euro, sodass du 45% sparen kannst. Das ist bares Geld, ne? Und dann gucken wir hier mal rein. Hier haben wir natürlich auch Full-Sizes, also größere Produkte drin. Zum einen ist es die Hyaluronic Orea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme mit 50ml. Ja, die Hyaluronic Orea Produkte sind halt reichhaltiger und geben der Haut einfach mehr Feuchtigkeit. Ich kann die sehr, sehr gut gebrauchen. Verwende die auch gerne abends oder halt auch super gerne im Winter. Also hier einmal schon mal eine schöne Creme. Dann habe ich hier auch noch drin enthalten eine schöne Augencreme. Das ist das glättende Augengel Face Care Instant Effect mit 15ml. Das verwende ich extrem gerne, wenn es wärmer wird unter den Augen, weil dieser Metallnupsi hier oben drauf, so, der kühlt halt auch noch so ein bisschen, ne? Und dann kann man sich das natürlich direkt mit dem Applikator auftragen. Oder man macht es halt auf den Finger, aber dann hast du halt den kühlenden Effekt nicht. Ist nicht mein absolutes Lieblingsprodukt bei Daltun, aber ich kann nicht jedes Produkt lieben. Aber ich mag es, ne? Im Sommer, wie gesagt, morgens super gerne. Sehr erfrischend und sehr gelige, leichte Konsistenz. Jetzt im Winter verwende ich einfach sehr reichhaltige Augencremes, wie zum Beispiel von der Extreme Lifty Augencreme oder auch von der Q10 zum Beispiel. Dann haben wir hier auch noch drin enthalten Expert Care Glow & Refine. Die AHA Peeling Pads. Da haben wir 4% AHA drin enthalten. Und auch der pH-Wert ist ja hier immer ausschlaggebend. Ich habe euch hier mal ein Video dazu gedreht. 3,2 ist hier der pH-Wert. Und das ist halt ganz einfach, weil du einfach dieses Pad rausnehmen kannst, übers Gesicht, bums völlig aus. Genau. Die habe ich noch nie ausprobiert, wollte ich gerne mal ausprobieren und werde ich auch sehr bald ausprobieren können, weil Schwangerschaft und Stillzeit sollte man auf Peelings oder auf Säurepeelings verzichten. Aber wenn man das nicht mehr hat, dann kann man rein. Dann habe ich hier drin Mix It Favorite Selection Ampullen. Das sind einmal hier 3 Ampullen drin enthalten. Da gucken wir doch mal, welche das sind. Ist das alles Hyaluronic Orea? Und warum steht da Mix It? Das ist natürlich witzig. Aber gut. Ja. Da haben wir 3 Ampullen drin. Okay. Ja. Ist ganz schön. Ich mag die auch sehr gerne. Die sind sehr schön Feuchtigkeitsspendend. Und die geben halt nochmal so einen richtigen Kick. Wir haben hier ein Serum noch drin enthalten. Und das ist hier das Hyaluronic Orea Hydro Boost Anti-Aging Hyaluron Serum in der Full Size mit 30ml. Ja. Halt auch da nochmal Feuchtigkeitskick. Und ich finde es einfach schön, dass wir hier diese Tasche auch noch mit dabei haben. Die ist einfach praktisch. Da geht gut was rein, wie ihr gerade auch gesehen habt. Kann man alles schön sich entnehmen. Und auch wieder reinpacken. So. Wie gesagt. Also wir haben hier verschiedene Sets. Wir haben aber auch super viele andere Sets, die ich euch noch gar nicht vorgestellt habe. Aber die es gibt. Ja. Einfach weil das einfach vielleicht gerade für meinen Hauttypen nicht geeignet ist. Dann macht das keinen Sinn, wenn ich mir das hier hinbestelle, um euch das einfach nur zu zeigen. Ich verlinke euch die Seite zu den ganzen Sets aber mal in der Infobox. Und ihr könnt dort auf die ganzen Sets auch wirklich 20% sparen. Auch auf die neuen Ampullen-Kollektionen, die sowieso schon mal alle 20% reduziert sind, könnt ihr nochmal on top mit Beauty Cloudy 20% sparen. Und auch aufs komplette Sortiment, bis auf die Produkte, die schon reduziert sind. Und bis auf die Gutscheine, ist klar. Aber ja. Wie gesagt. Gönnt euch gerne mit meinem Code den Rabatt. Ja. Das war jetzt mal ein kurzes, knappes Video. Aber ich finde, das darf auch mal sein. Und wenn es dich hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt vor mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.